Willkommen heute im Nenni am Naschmarkt. Wunderschönes Wetter, besser geht's gar nicht. Thema ist heute mediterran. Ilan, erzähl mal, was wir heute machen. Ciao, ciao. Also wir machen heute einen frischen Pizzateig. Und das Besondere daran ist, es wird gerollt und zehnmal gefaltet, wie ein Blätterteig. Und dazu geben wir auch frische Tomaten, Mozzarella, Olivenöl aus Italien. So, fangen wir mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 So, fangen wir mal an. Ho, 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 ho. So, fangen wir mal an. So, fangen wir mal an. ав-B-r đượcça. Musik Dazu kann man nur sagen, Mahlzeit, Bon Appetit, Italienisch.